Herr Schmidt, mein Lieblingspatient. Dr. Bauer, das Papier in den Drucker ist leer. Ich komme ganz sicher jetzt nicht aus dem Homeoffice, nur um Papier in den Drucker einzulegen. Wikinger bleibt in Höhle. Na ganz toll. Und wer fährt jetzt mal in den PC hoch? Wow. Oh, Herr Müller kocht heute feines Gulasch. Oh, ich liebe Gulasch. Gleich mal eintragen. Aber warum steht da Spamm? Und warum führt der Link zu einer Por- Schon gelesen? Herr Müller kocht heute sein berühmtes feines Gulasch. Da bin ich sowas von dabei. Hey, Entredung, Dr. Bauer. Hier ist Dr. Bauer. Sie müssen sofort die komplette Belegschaft wahren. Herr Müller ist ein Trojaner. Sicher? Ich habe mich auch schon eingetragen. Es gibt keinen Gulasch. Es gibt noch nicht mal einen Herrn Müller in der Firma. In jeder Firma gibt es einen Herrn Müller. Sie müssen unbedingt das Notfallprotokoll für mich einleiten. Mein PC ist kaputt. Meine auch. Bitte bewahren Sie Ruhe und schalten Sie Ihren PC aus und wieder ein. Das löst in der Regel die Hälfte aller Probleme. Ach, Mist. Ich habe es euch einfach gesagt. Die IT gehört nicht ins Homeoffice. Wikinger ist Sonic. Da lässt man euch Kinder für einen Tag allein. Jeder PC im Netzwerk ist befallen. Das kann man tatsächlich nicht werden. Dr. Bauer. Jeder PC. Ach, leck mich da an. Wenn ich auf focused war. Ich hoffe, das muss ich fast korrig sein. Ach, so schlimm war es doch jetzt gar nicht, oder? Nein. Also können wir jetzt alle komplett auf Mac umsteigen? Nein.